hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video heute will ich euch eine review machen zu dem balea zu der balea dark glamour hand lotion schaut so aus ja finde ich das design finde ich schon total schön gemacht und sind drin 300 milliliter und es soll machen also inspiriert und pflegt mystische verfügung balea dark glamour betört mit einer geheimnisvollen duftkombination aus frischen und würzigen nuancen ja kann ich nur bestätigen also riecht total gut und pflegt die hände ich brauche ja die pflege für die hände und ich creme mich damit auch mehrmals am tag ein also mindestens vier fünfmal mit dieser und dann habe ich habe ich noch andere handcremes die ich benutze und was weiß noch weiter die hochwertige rezeptur verwöhnt ihre haut und hinterlässt ein traumhaftes hautgefühl als irgendein exklusiven auftritt ja kann ich nur bestätigen pflegt wirklich die hände und ja finde ich total schön und ich muss sehen ob ich davon noch backups kriege ja das ist nämlich eine limited edition leider ja also mein fazit finde ich sehr sehr gut und also praktisch auch eine kleine ein kleiner kauftipp ja das war's mit meinem heutigen video und wir sehen uns dann im nächsten video bis dann ciao